Zwei, oder? Zwanglos. Neues Spiel, neues Glück. Tobi, es geht los. Auf dich warten wir noch. Es geht los. Tobi, Handy weg. Tobi, es geht los. Du fährst, du fährst, du fährst. Du fährst. Warte, Giovanni macht gleich einen Weitschuss. Weg damit. Genau, du hast mich noch geschoben. Dann ist es gescheit weg. Dann schießt ihr Tor mal schnell, oder? Was nicht ganz langweilig ist. Die Fahrer, du bleibst hinten. Uh, der war... ...ein Pressball war der jetzt. Oh, die schießen gleich in die Decke drauf. Das war jetzt gefährlich. Das haben wir jetzt ganz unterschätzt. Kannst du es tun, Tobi? Oder ich muss es machen? Mach ich es schnell. Na, der hat es abgewertet. Und ich fahr gleich ins Tor. Was mach ich denn von Scheiß? Du hast ihn schon geklärt. Dann kann er wieder retour fahren. Dann haben wir ein bisschen Schubbrünn bekommen. Jetzt hat er zu... So nicht, gell? Du meinst, dass du ihn vorschieben kannst? Der meint, der kann alles, mit dem Schieben. Wir haben keinen Schub. Weg damit. Ich hau ihn nicht mehr lieber weg da. Achso, jetzt war es jetzt nicht so gut. Was? Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Jetzt müssen wir mal abbremsen. Den Ball. Und wir abbremsen da. Ja, geht mir viel an, ja, Gott sei Dank. Aber es ist ein Gebolze. Montan ist ein Gebolze. Und ich hupf daneben. Scheiße, was machen wir denn von Schwan? Du machst jetzt aber jetzt schnell das Tor, oder? Oder? Genau, du hast ihn gemacht. Ich wäre gleich da gewesen. Ich fahre, du bleibst hinten. Ich habe schon wieder so Gebolze gemacht, genau zusammen. Weg damit und bremsen. Gut. Gut. Shit, der Mist. Gekillt. Jetzt macht man Ton, oder? Wer mich gekillt hat, hat er das Tor gemacht. Ich habe mich gekillt. Ich habe nicht verteidigen können. Schießt das? Jetzt war es natürlich kein Problem mehr ein Tor zu machen für Herrn. Bis ich da komme. Ich bin seitlich noch rausgekommen, aber es ist nicht mehr gelangt. Aber das dürfen wir trotzdem nicht verlieren, oder? Jetzt machen wir das schon noch. Du fahr! Nein, ich fahr! Oh scheiße, war daneben. Aber trotzdem war es drinnen. Du fahr! Du fahr! Du fahr! Ich bin seitlich 45,000 Euro. Ich bin seitlich 45,000 Euro. Ich bin seitlich 45,000 Euro. Und ich habe das gar nicht drin. Ich bin seitlich 40,000 Euro. Ich bin seitlich 45,000 Euro. Ich bin seitlich 35,000 Euro. Und da war ich jetzt nicht griffbereit da gestanden, da muss ich noch einmal rüberschießen. Machen wir ab, Uppsala. Boah, jetzt bin ich unten durchgefahren, unter dem Ball. Jetzt schaust wir noch einmal rüberkommen. Ah, shit. Ja, ich hab mein Auto vom anderen getroffen, das bin mir nicht mehr zum Hupfen gekommen. Ich hab zwei Autos weggeschossen, statt einen Ball. Das bin mir nicht mehr hingekommen, der ist mir voll auf den Kriegen gekommen. Ne. Ah, scheiß den, wer da ab? Der war so schlecht geschossen, so in der Mitte. Den bringt er weg. Ja, was mach ich denn für ein Dreher? Jetzt wird's langsam dumm. Oh, ich hab grad noch Glanzparade rausgekult. Hast du gesehen, wenn ich den rausgekult hab? Die Glanzparade war jetzt cool. Die ist mir selten so geklungen. Als er auf der Linie noch rausgekult. Wollen wir den Turm machen, oder? Nein, 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 nein. Wenn das so schön kommt in den letzten Sekunden. Der war ja so schön dort. Wie, 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 wie er ihn hergeschossen hat. Verlängerung hat's so keine gegeben. Die haben wir ganz locker niedergemetzelt. Das Spiel ist eh aus jetzt. Machen wir noch mal eine Schubfahrer, senkrecht zur Decke rauf. Was? 100 pro Tor gibt's. Was? 100 pro Tor gibt's. Ja, ein paar Punkte gibt's schon, hat's schon gegeben. Gut, also ja, vergisst euch nicht uns zu folgen, falls ihr noch mehr Rocket League Spiele sehen wollt. Bis bald, euer Mike von beautifullife.de